Hallo ihr Lieben, heute habe ich die Hanna von den Spielzeugtasten dabei und wir machen die Tinkin Appetit Challenge mit Kuchen. Das letzte Mal haben wir, aber wir haben noch eine Challenge für euch. Schafft ihr es in vier Sekunden, den Daumen noch immer schlagen, die Glocken zu schalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Kuchen in die Kommentare. Wenn ihr es geschafft habt, macht ein Kuchen und Brot in die Kommentare. Wir legen jetzt los. Jetzt machen wir Schere-Stein-Papier, um aufzusuchen, wer tippen darf. Okay, jetzt fangen wir mal ab. Schere-Stein-Papier. 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 Eingewickelt. Okay, du darfst. Ich glaube, du hast Zitrone genommen. Nein. Der. Ich mag es in den Peggeln." Ich mag es sonst eigentlich so schön. Ich irgendwo 특별-Papier kommen. Ok. Ich liebe Schenkerkuchen. K Checktön. J detone. Lol. Ja, okay. Okay. Jetzt machen wir das hier rein. Es gibt doch extra hier, wo du das machst. Ich mache es anders, Kinderfüß, dein Soll. Ich mach das auch schon. Da unten so eine Auße. Zwei. Zwei Doppeln sind drin. Oh ja, du hast recht. Wir machen ja hier Kuchen. Kein Schleim. Ich hab keine Ahnung. Immer fällt mir alles hinter. Jetzt bin ich dran und du musst die Angst zu machen. Guck weg, guck weg. Fertig? Ich hab nichts gesehen. Ich hab einfach nur dran gedacht, weil die hier für mich längere aussehen. 0 zu 1. Äh, 0 zu 2. Nein, 0 zu 2. Oh ja, 0 zu 3. Ich hab jetzt das, was ich will. Ich brauch eine Schere, glaube ich. Nein, mach. Soll ich dir das auch machen? Ja, glaube ich. Tut mir leid, ihr Leben. Tut mir leid. Ein bisschen klatschen. Ja, viel klatschen. Ja, ich war nicht. Ja, jetzt wird es. Ich krieg's immer noch nicht. Ja. Ja. Danke schön, ich bin nämlich ein Baby. Ich mach fast immer Quatsch. Alle brauche ich. Alle brauche ich. Gut, das war eine. Guck auf alle. Die dritte Runde. Und wir haben rot und blau. Du, du darfst jetzt gucken. Du darfst jetzt gucken. Ne, tippen. Du darfst jetzt tippen. Ja, aber ich sag Bescheid, wenn du erst gucken darfst. Ja. Du kannst jetzt wieder. Ich glaub, du hast rot genommen. Blau. 3 zu 0. 3 zu 0. 3 zu 0. Äh, äh, kalt. Wenigstens kann ich tun. Das Pups. Eier, mein Kuchen wird echt rot. Bin ich auch. Manu, bei meinem kommt nichts mehr raus. Weil vielleicht auch, deiner wird echt blau, meiner wird echt rot. Nächste Runde. Jetzt hört ihr mich auch mal als Stimme aus dem Hintergrund. Bevor die nächste Runde losgehen kann, müssen wir natürlich jetzt erst den Kuchen anrühren. Das machen wir schnell und dann sind wir gleich zurück. Yay. Tadaa. Tadaa. Runde 5. Meine Runde 5. Hier sind die Fernchen, die wir aussuchen müssen. Und ich darf Tippern weggucken. Getippt. Was? Wie wusstest du das? Mama, ich verliere. Was meint es? Ja. Ups. Nicht knallen. Ah, das sieht so lustig aus. Rainer. Unser Kuchen kommt jetzt ins Ofen und dann dürfen wir dekorieren. Und dann darfst du aussuchen, Hanna. Ich hoffe, ich krieg wenigstens ein. Kannst du die drauf machen. Ich glaube, du hast die blau genommen. Nein. Sieben. Nein. Okay. Jetzt wirklich. Äh. Dafür Runde. Hier darf, Hanna. Die nächste Runde darf ich. So. Süppen. Das sieht so gut aus. Äh. Upsi. Hier ist die letzte Runde und weg gucken. Ja, 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 ja. Du kannst. Nein. Das ist okay für mich. Oh Mann, das muss ich noch. Das muss man noch aufmachen. Spreuselalarm. Oh. 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 Tada. Oh. Oh. Das sieht so schön aus. Das sieht wirklich echt schön aus. Gut. Spätestens habe ich nur einen Punkt. Mein ist in Kino-Rosa. Mein ist in Schwarz. Und mein ist in Kino-Rosa. Jetzt müssen wir es probieren. Okay, mal schauen. Lecker. Lecker. Das ist so püpfig. Also ich würde sagen, während die Mädchen hier sich den Kuchen reinschaufeln, lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, bei Hannas Kanal vorbeizugucken, bei den Spielzeugtestern. Da gibt es nämlich auch ganz tolle Videos. Ja, und bei eurem Kanal. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Hanna heute bei uns zu Gast war. Wir sehen euch dann nämlich beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.